okay das bringt mir gar nichts was ist das denn ja ich will jetzt nicht reisen um gotts willen ich möchte nicht reisen ich möchte es einfach nur killen ich möchte diese maschine hier töten ach interessant die maschine ist gar nicht mehr da auch nicht schlecht habe ich die maschine die maschine ernsthaft schon gekillt gehen sowas also normalerweise dachte ich mir ist gerade okay ich habe hier noch eine maschine stehen die den schild benutzt was ich noch deaktivieren muss aber anscheinend so wie es aussieht ist alles im lohn anscheinend habe ich hier meinen job getan infiltriere das hyperion gefangenen lager erledige w4 rd3n rette roland das ist der roboter ist noch nicht tot oder was was ist das da okay interessant das bringe ich anscheinend nicht auf oder kann ich denn kann ich das irgendwie aufbrechen ne okay das geht nicht schade dachte ich könnte es vielleicht irgendwie aufmachen oder so schade schade was ist da ohne interessant was haben wir hier von eines das da das da das nehme ich mit das hier das hier hab ich nicht wirklich was das ist alles nichts für mich nichts woran ich irgendwie spaß hätte spaß im szene von sehr viel schaden verursachen ähm okay da muss ich also wirklich reisen jetzt muss ich da jetzt wirklich reisen ich frage mich nur gerade wohin wohin soll ich reisen ach hier hier muss ich reisen nach dust the dust der dreck oder die wüste oder irgend so was ich glaube das ist das ist die wüste oder der dreck oder irgend so was weiß ich nicht so was oh ellie hallo hübsch siehst du heute aus mit deinen busen hier na hallo da wird jedermann gleich so ähm ich wusste gar nicht dass sie hier auch herumläuft ach so ach da ist ja ihre garage ja verstehe gut was habe ich hier was ist das denn für ein ding muss ich ach so ne moment das wollen wir das will ich ja gar nicht wo muss ich da jetzt lang dahin zum kartenausgang bitte weg catch a ride okay ich muss mir wahrscheinlich ein auto holen schätze ich mal ich brauche ein auto ja gut den seine quest nehme ich jetzt vor der fick nicht an weil sonst habe ich wieder hunderttausend quests auf einmal laufen ähm wo haben wir denn hier das catch a ride dings uh geld und was aber da drin nichts wo ist denn das catch a ride dings hier wo ist das denn ellie kannst du mir weiterhelfen nein verdammt wo bin ich denn jetzt gelandet ach du scheiße naja gut ich habe geld gefunden auch nicht schlecht aber wo bin ich denn da jetzt wie komme ich da jetzt wieder hoch hallo ich bin da hoch ah ok geht gut ich dachte schon ich würde jetzt ach hier ist das catch a ride dings da ist es so dann will ich dann würde ich mal sagen das nehme ich und fahrzeugs bauen bitte sooo oh was für eine schöne karriere auf schützen platzen nein ich will nicht auf dem schützen platz teilnehmen noch nicht aufs schützen festfahren ne 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 ich fahr hier schön mit dem mit dem auto weg sooo schau mal wie wir da aus der schrottlaube wieder rauskommen ähm wo muss ich da jetzt lang ich bin hier ok einfach mal nur keine ausfahre wo komme ich da dann hin ok jetzt bin ich da auf dem beweg das heißt ich muss da dann fahr am besten mal da den weg entlang ok das auto lässt sich aber auch schwer steuern ne teilweise oder bin ich derjenige der das der das auto scheiße steuert ich weiß es nicht so ich fahr einfach mal den weg entlang hier und irgendwann werde ich ja hoffentlich dort ankommen wo ich hin möchte oder so ne da sind nix hier vielleicht irgendwo oder da nein da komme ich nicht hoch hätte ja sein können dass man da irgendwie hochkommt weiß aber nicht so so ist das denn schon wieder so ein komischer so ok wiedersehen so wie komme ich denn da jetzt am besten hin da auch oder was ja sieht so aus aber da komme ich nicht mit dem wagen durch hehehe gut muss ich einfach so durchlatschen geht nicht anders und da auch klopf klopf ich bin schon hier friendship gulag friendship gulag ok was auch immer das hier für den laden ist ich hoffe er ist mir freundlich gesinnt infiltriere das gefangenenlager ok scheint auf jeden fall freundlich gesinnt weil sonst würden hier keine automaten stehen oftmals so ich kaufe mir einfach mal wieder ein bisschen Munition ein naja kann ich eigentlich ganz gut brauchen momentan so da war wieder so ein checkpoint auch schön so freundlich gesinnt das war ich doch gerne wie geht die hier rum nein doch nicht freundlich gesinnt oh scheiße oh scheiße ich dachte ich dachte zunächst weil da bei der automaten und alles standen dachte ich mir zuerst ok das ist mir freundlich gesinnt das Dorf aber nein dann scheint doch nicht dann scheint es ist doch nicht freundlich gesinnt das ist das ist ein bisschen böse gerade das ist eine böse Überraschung schade ich dachte ich hätte mal mit der Ruhe hier wieder ja gut ich hatte es gerade für zwei drei Minuten in der Ruhe aber dann ging ich schon wieder los schade 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 so was muss noch etwas ach da unten so hinten kommt ich wieder einer angelaufen und kaputt au was soll die scheiße warum warum tust du mir weh nein nein er hat mich er hat mich getötet er hat mich nein hat er nicht so ok dann zum glück kam der ist gerade äh sehr wünschenswert kaputt und kaputt wie viel gibt es von denen noch ich hoffe nicht mehr allzu viel ne das gute ist wir haben hier Munitions äh Automaten stehen das heißt wir können uns jederzeit wieder neu aufladen eridium nehme ich gerne mit brauche ich für später in Sanctuary so da haben wir nix da haben wir wieder Geld einstecken nekroplantage ich glaube den hat es gerade mit Zäure erwischt oder kann das sein den hat es gerade mit Zäure erwischt so irgendwo werde ich gerade schon wieder angeschossen und ich habe keine ahnung vom wo ich sehe nämlich nix hier ist er da ist er gewesen der stirbt auch gleich und kaputt so du bist auch gleich weg Kollege lege lege schnur schnur lege schnur so au 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 je so ich geh gerade später angeschossen Du vollhorst Warum? So Na toll Okay, ich werde gerade schon wieder angerufen Könnte was wichtiges sein Ja, ich glaube Ich glaube, ich werde jetzt erstmal hier die 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 Nennts hier, die Die Aufnahmen Jetzt schon wieder beenden Ist zwar nicht lang gewesen, aber immerhin So Oh shit So Die gehen mir gehörig auf den Keks Diese Drohnen hier Die gehen mir gehörig auf den Keks Nein, ich habe keine Mutation mehr Von damit Come on So Au Fuck Das war scheiße Das war Richtig scheiße Gerade Okay Ich glaube, das kann ich Ja Ich gebe auf Bringt nix Bringt nischt Ich habe keinen Gegner mehr Mit dem ich mich irgendwie freischießen könnte Wieder in Ins freileben Schade Schade Irgendwieder Geld verloren Na egal So Okay Jetzt kaufen wir erstmal wieder neue Munition ein So Das ist ein Millions der Kunde Dass dir das nicht zur Kopf steigt Empfiehlst deinen Freunden Markus Munition So So Okay Das Schrottlovel hier Diesen Schrott Das ist Gesundheit Die brauche ich nicht wirklich momentan Ich bin ja eh schon wieder voll Voll aufgeladen Was ist das denn überhaupt Was ist das für ein Ding Hä Hat mich da gerade Irgendwas hat mich gerade angeschossen Ich habe keine Ahnung was das war Irgendwas war das So Da ist nix Ja gut Gut Okay Freunde Ich mache hier an dieser Stelle mal einen kurzen Cut Mit der Aufnahmesession Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession Wahrscheinlich wieder Ich werde mittlerweile das zweite Mal von derselben Nummer angerufen Könnte wie gesagt wichtig sein Ich weiß nicht warum ich jedes Mal während der Aufnahme Oder während Streams angerufen werde Ich verstehe das nicht Die Das ist ganz merkwürdig Okay Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zusehen Vielen Dank fürs Einschalten Wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesession wieder Auch wenn die Folge jetzt ein bisschen kürzer war als normalerweise Aber Ja Es dürfte anscheinend dringend sein Deswegen Hebe ich da mal schnell ab Und Mach dann Später weiter Und Ja Wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession wieder Macht's gut Vielen Dank Und Bis Dann Tschüssi 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 Vielen Dank.